Das ist leider vom Vorteil. Ja, das war doch wohl schon ganz schön, oder? Richtig gut, das ist voller Fassade. Schiele, wie lange reitest du? Keine Ahnung. Wahrscheinlich seid ihr seit fünf Jahren oder so mehr, oder? Das ist doch dein Zügel auch. Als nächstes haben wir den Zitten in der Bahn mit Kim und nicht Romy. Bitte schön, Kim, komm rein. Ja, das ist alles klar. Hier ist ja nicht wieder drin. Wo? Ich sollte es sitzen.